Einen wunderschönen Fail und Halliah Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar zu Let's Play Amnesia House of Creep 2 Wir zirken House of Creep 2 und hier mit YouTube de Haltari Welcome back Daniel, be more careful when you are sleeping, try to escape again Okay, wahrscheinlich haben wir wieder im Wald gepennt und ja, okay, dann geht's hier auch los Ich bin bei wunderschönen 30 Frames Oh yeah Okay, der Anfangsraum, der leckt hier ziemlich, finde ich Da singen meine Frames auf 15 zurück Aber was war der Geiz? All der Dinkel, der Maus ist gedrückt und bewegt die Maus um die Tür zu bewegen Haben wir hier um den Schlüssel oder so? Ich höre schon wieder um so ein komisches Noise Aber ich sehe nichts So, geht's hier um die rein? Ah, jetzt Ich höre schon wieder was Okay, da geht's wahrscheinlich nicht rein Welcome back My favorite victim Do you think it was all of the House of Creep last time? No, try to escape again But I think you need your Let him first It's in the room with the bloody door Okay, das is Hier ist Blut Okay Oh, ganz viele Tonebüxeln wieder Nehmen wir mal alle mit Ach, komm hier Kommt mal mit Ich nehme euch heute alle mit Ihr kommt in meine Tasche Und Okay, hier ist die Laterne Wow Hey Mann, bleibt da drinnen So, und dann haben wir hier Not scary Okay, that wasn't really scary But Hey, look Öl Mein Schlüssel Passiert jetzt was? Ah, nichts Okay Schränke Leer Leer Und das sind wieder die Vernunfttränke Okay, dann gehen wir jetzt Mit dem Schlüssel Gehen wir jetzt in den anderen Raum Ich fülle hier gleich mal ein bisschen Öl auf Oh, Öl, Öl, Öl Machen wir gleich mal voll Und dann gehen wir Mal hier direkt in die Tür rein Was ist denn hier wieder los? Äh, okay Okay, das war so klar Fuck Und hier sind Türen Überall Okay, und jetzt Rat's mal, was passiert Ich Ich ahne schon voraus Ah, nichts Das hat mich Wo bin ich denn jetzt? Wie geil Das hat mich ins andere Raum geglitscht Das ist ja auch mal geil Enough If you have enough right now You shouldn't continue Also, ich hab noch nicht genug Ich will noch mehr Hallo, Köpfchen Hallo Soll ich dich mal streicheln? Eigentlich bauen wir hier kein Licht Das ist hell genug Okay Okay, zu einer Wow Okay, das hat mich jetzt Erschreckt Passiert hier jetzt was? Monster? Also, ich Hm Oh, oh Ich glaub ich Oh, ich glaub Ich komm hier nicht mal raus Hallo? Hallo Toll, ich komm hier nicht mal raus, Leute Verdammt nochmal Mann Bei jeder House of Creep Aufnahme Werde ich in irgendeiner Wand Geklitscht Und irgendein anderer Fuzzi Ey, mach deinen Kopf zu Irgendein anderer Fuzzi Wirft mich in eine Wand rein Und dann muss ich die Aufnahme nochmal neu beginnen Also, ich starte eben schnell Die Aufnahme nochmal neu Und wir sehen uns dann wieder So, Leute Und hier bin ich auch wieder Ich hab mich gerade hier Was ist das? House of Creep Steht wahrscheinlich Auf nackte Männer Aber Wasser der Geiz Ich mach mal die Tür hier zu Okay, auf jeden Fall Bin ich wieder hier Und wir machen hier mal weiter Ich glaub Wir müssen mal Zu dieser Tür Wir probieren's mal Mann Was will denn die Tür von mir? Ah, jetzt Okay Das sieht ja Hallo Okay Und ich glaub Ich weiß Was passiert Genau Das passiert Zum Glück Bin ich jetzt nicht Wieder in der Wand Eigentlich Hätte ich jetzt Mehr erwartet Also Das ist Bisschen lower Als das erste Der erste Teil Da aber Naja Okay Es gab schon Beunruhigende Ereignisse Aber Jetzt so Krank waren Dass Nicht welche Also nicht viele Sind hier Krank Autsch Oh Mann Das wird weh Ja Weg Weg Bleib doch mal stehen Aha Aha Schmerzen Überall Okay Also Bis jetzt hatte ich Eigentlich noch nicht genug Ja Noch nicht Hallo Köpf Köpfchen Also Die Stelle Kennen wir ja bereits Wenn wir jetzt hier Eine Zundebüchse nehmen Und dann kommt wieder ein Mensch Hier Ne hier Ja das kennen wir bereits Das kennen wir aus dem Bug Dann ist hier glaube ich noch die letzte Tür Ich räume das mir ja alles hier rüber Also bis jetzt hatte ich Nicht besonders viele Unruhigende Ereignisse gehabt Also es geht schlimmer Okay hier ist wieder so ein Megalanger Flur Ey Was ist denn jetzt hier Nichts Okay wieder zurück Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Okay Also Ich fand Die Tür Die wäre schon Also Der Flur Der wäre schon ideal Gewesen Für ein Monster Okay Okay Dann bin ich jetzt mal Das schnell durch Und Ja Höre ich da gerade Monster Neues Okay Bringt es hier das Licht was Nein Tut es nicht Okay Gehen wir gleich mal In die nächste hier rein Machen wir mal die Tür auch wieder zu Soll es hier irgendwie Beunruhigend sein Und die Okay ich mach jetzt schon mal Hier Ja hier ist ein Brief Ist das nicht okay Ist denn die Piano Der Piano Piano Wo ist der Schlüssel Hier ist der Schlüssel Gut Passiert hier jetzt was In den Schränken Da ist eine Stautour Drinnen Ich hatte jetzt ja eigentlich Gehofft dass mal ein Monster Kommt aber irgendwie Passierte nichts Okay Bis jetzt ist hier noch nichts Passiert Also Es war eher lustig Und nicht grüßlich Das ist ja House of Love Ich höre hier wieder Kacke Hey Was bist denn du Für ein kleiner Äh ein großer Hallo Hallo Voll mir Freude sein Komm Lass uns tanzen Was bist denn du Überhaupt Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit AAAAAAAA Biiiiiiiitch! Biiiiiiiiiiitch! Biiiiiiiiiiitch! Wow! Das war erschreckhaftig! Ach, komm! Komm, töte mich doch! Töte mich! Hier, töte mich! Was? Ich wollt grad, dass es mich tötet, damit es verschwindet. Aber hat nicht so geklappt. Wow, okay, also das war schon... Hä, hier war doch grad was! Okay, Öl! Hab ich gebraucht! Wir hatten hier fast kein Öl mehr gehabt. Okay, auf jeden Fall war das krank. Ich hab letztens erstmal von einem Monster gesprochen. Jetzt kommt hier so ein jüse fettes Monster und erschreckt mich. Okay. Na supi! Lässt uns wagen. Hier drin ist ne Kiste. Da drin ist noch ne kleinere Kiste. Okay. Wow! Wow! Was tut ihr hier? Spider! Okay, dann müssen wir wahrscheinlich die Tür hier so öffnen. Oh, oh! Schlecht! Das ist... sehr schlecht! Was mach ich jetzt? Okay, ich weiß, dass ich hier rüber fehlen werde. Das ist eher ein Jump'n'Run, ne Jump'n'Run-Einlage. Okay? Die wollen mich hier doch mobben. Zum Glück können die die leider nicht hoch. Ich probier's. Okay, langsam springen. Langsam springen. Und wir sind durch. Oh, okay. If you've got a K, it's laying next to the door of this room. Oh nein! Was? 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 Die wollen mir jetzt nicht sagen... Die wollen mir jetzt nicht sagen... Was? Was? Da key. Äh, if you forgot the key, it's laying next to the door of this room. Oh nein! Oh, nein. Fickt euch. Ah, 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 ah. Na super. Die wollen mich doch hier nur mobben. So, Mann, ey, jetzt muss ich wieder so rüberspringen. Okay, das wird fählig. Wow. Okay. 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 Wenn er jetzt kommt mit, du brauchst zwei Schlüssel, dann kill ich den. Wow. Laden. So, was sind wir jetzt hier? Ich kann euch mal ein paar Lampen anmachen, geht aber nicht. Do you want to know the secret of this house? Nö. Also, ich möchte eigentlich hier nur gehen. Hallo. Du bist Blut. Hallo, Mann. Hallo. Was ist denn das jetzt überhaupt? Hä? Do you want to know the secret of this house? Was willst denn du von mir? Ich will the secret of this house. Not a foreign. Was haben wir denn hier mal vergessen? Vielleicht irgendwas hier auf dem Fenster? Ah, hier ist der Schlüssel. Hey, der Typ, der war vorher. Okay. Ich glaube, der Macher von House of Creep, der steht auf nackte Männer. Aber ich will es gar nicht wissen. Wer denn? Der Schrank geht jetzt kaputt. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Woah. Ich habe langsam kein Öl mehr hier. I can smell a bonus room. Ich habe nichts. Ich lasse den Schrank lieber zu. Oh, shit, Mann. Der Schrank, der Schrank, der Schrank. Verdammt, alter. Alten. Verdammt, was ist denn das überhaupt für ein Spiel? Das Spiel will ich mich umbringen. Ich will was sehen. Okay. Ich würde sagen, jetzt geht's los. In den Kampf. Oh, Gott, ey. Erstmal hier gerade eben die Aufnahme. Fraps ist abgekackt, weil kein Speicherplatz mehr übrig war. Ich habe heute zu viel aufgenommen. Wollen wir das jetzt wagen, da durchzugehen. Okay, da ist es. Tief durchatmen und trennen, würde ich sagen. Los. Los. Aaaaaaaahhhh. Oh, Mann, oh, 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 oh. Es ist so genau hinter mir. Ha, ich hab keine Angst. Ha, es ist ja so relaxed, der Run. Da folgt man gar nicht mehr. Ha, ein Fehler. Was ist denn das? You won. If you read this, you escape from the House of Grief again. Well done. You can now finish, but are you ready for House of Grief 3? Ja, okay. House of Grief 3 kommt auch noch. Okay, das sieht jetzt draußen ziemlich komisch aus. Aber was ist ja der Geiz hier? Schaut mal, ich kann mich hier hochglitschen, ins Haus glitschen vielleicht. Und auf jeden Fall werden wir demnächst auch noch House of Grief 3 zacken. Hier. Und wahrscheinlich auch noch die 4. Es gibt ja, glaube ich, 4 Teile davon. Und, ähm, ja. Ich muss ehrlich sagen, House of Grief 2 war nicht so crank. Also, vielleicht tut's ja House of Grief 3 mehr. Wir werden es ja sehen. Wenn ich mir in die Hosen gemacht hab, dann zeig ich euch Bescheid. Und dann würde ich mich hier erstmals verabschieden. Auf Wiedersehen, Leute. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.